und ich komme applaus bitte du sag ich sehe dich nicht willst du ah hey steck ein steck ein was ist das denn nix da nix da nix da warte ich hab ein passiven untersucht drin scheiße gibt es das jetzt ja das gibt es jetzt ey saugeil warte 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 die boxen innen drin das ist noch gar nichts muss man hingucken außen die reifen aber das ist nicht alles jetzt pass auf weiß ich ob das fahrzeug dafür so gut geeignet ist ja es gibt da noch andere party band den hast du aber auch noch saugeil gemacht er sieht er kennt es auf ersten blick gar nicht und am allergeilsten finde ich das hier das ist der soundtrack von liberty city das hat mich was kostet das hat mich was kostet was ist denn das für ein van moonbeam der ist neu ich bring dich hin ja ich habe das extra gekauft hier warte warte warum zum geil hab ich nen helme auf absetzen das sieht ja scheiße aus warte was machst du da ich kann mein autofan steuern nein aber was ich eigentlich machen wollte was macht es dann kann ich eigentlich jetzt so fahren das wird mich jetzt machen ja kurz wenn ich bremse fallen tschüss motorhaube springt rein warte 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 ich helfe dir vollgas rückwärts rückwärts oder was also ich kaufe mir jetzt mal schnell die anderen fahrzeuge zeh fix ich käme überhaupt nicht mehr aus mit der steuerung hier ich habe gerade wie so ein affe davor scheiße da unten warte halt dich fest man vielleicht schaffen wir es der andere der andere der rechts von uns Ja. Oh fuck, jetzt genau, jetzt hängt's, weißt du? Woah! Sorry, Kopf, wir müssen eure Deckung nutzen. Oh, jetzt sniper der andere ja. Ach toll, und ich hab' blocken. Da war die Tür auf, was? Bleib einfach da rauf. Schaff' uns mal die Kopfhörer aus. Scheiß drauf, wir machen das... Boah, lass uns die Kiste... Einfach den Bus davon klauen von ihm. Der Schuss... Nein, der hat keinen Schuss sichern reifen, glaub ich. Nehmen wir diesen Bus. Ja, beeil dich. Los, schläge ein. Fuck, von vollkommen abbrechen. Scheiß drauf! Ich hätte direkt muss, Scheiß drauf! Oh, Verzeihung. Oh nein, jetzt fahren wir direkt vorrück. Road trip! Ich meinte mal, keine Sautanlage wenigstens. Fick sie weg mit dem Bus! Genau wie die Kugel hier. Oh, Vorsicht! Mein Gelegenheit könntest du mich ja aufsteigen lassen. Dann geh ich mal da hinten. Ja, okay. An die Seitentür, ne? Halt sie mir vom Leib! Halt drauf! Ja, ich kann ja. Okay, ich bin drin, direkt auf! Die Waffe ist so scheiße! Mach die Seitentür zu! Oh! Mach die Tür zu! Ja, meine Waffe riecht, um die Tür zuzumachen. Ich hab schon... Warte, ich bück mich mal hinten. Oh! Oh, Vorsicht! Oh, Vorsicht! Du musst auch so die ganze Polizei-Kontrolle raus! Passt ja, Alter! Ich schlaf hier hinten mal, okay? Jetzt was? Der andere Typ Sniper auf uns! Hey, Bennity, guck mal hier hinten! Hey, ich kann nicht! Ja! Was macht er? Habe ich was verpasst? Na, da guckst du! Ha? Ha? Erst mal Dings und mal rufen! Ey, schreib doch mal! Ja, hab ich schon geschrieben! Ja, also das einzigste... Hier, Sternchen, 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 Sternchen lutschen! Hab ich als Antwort bekommen! Von wem? X-Royale! Wollen wir den jagen? Ja, machen wir! Machen wir! Nein! Der Typ kommt, wenn's echt wegrotzt! Ich wupf! Oh, ich glaub die Stoßdämpfer hat was abgekriegt! Und his name is John Cena! O-O-O-O-N-O-O! Ich bin total gelangweilt, ich häng hier zu Halloween in der Schlachterei. Kann ich irgendwas mit diesem Fick? Du kannst ihn mit der Taschenlampe schlagen. Ich soll mich verstecken? Feel me, I am death, ich fürchte mich, ich bin der Tod. Der scheiß Schnitzer. I piss my pants dude! Ich piss dich in die Hose. Boah, ich müsste wirklich aufs Klo. Scheiß, da leuchtet irgendeiner mit der Taschenlampe leuchtet da. Oh scheiß, irgendeiner kommt da mit der Taschenlampe. Wer leuchtet da mit der Taschenlampe alles aus? Weiß nicht mehr, wo du bist, Mann. Ich hab mich direkt, wo ich gespawnt bin, versteckt. Aber hier läuft eine mit der Taschenlampe rum. Und da kommt er mit dem Messer. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Oh Gott. Wie auch immer, wie auch immer der Laufen kommt, umdrehen. Jaja, ich bin grad. Was ist jetzt los? Der hat eine Shotgun. Mit Taschenlampe. Das ist ja unfair. Oh verdammt. Nein! Wieso ist der eine Shotgun? Das ist ja unfair. Ich dachte, der hat nur eine Machete. Der hat gar keine Möglichkeit. Versteck dich doch. Da kommt einer mit Knarre. Einer mit Knarre kommt. Da ist er. Er hat mich nicht gesehen. Scheiße. Doch, da kommt er. Soll ich versuchen den K.O. zu hauen? Boah! Boah! Der hat mir direkt einen Headshot reingedrückt. Ich hab den nicht kommen sehen. Alter Schwede. Was meinst du, wenn das Licht ausgeht? Ich bin ein Team gejagt, ey. Oh fuck! Willst du mich verarschen? Was ist jetzt? Der Typ ist direkt vor mir gespawnt. Der ist direkt vor mir gespawnt. Ich bin auf dem Zug laufen. Komm ja du Wüchse! Warte! Wer, wer dreht sich auf wen ein? War ich das jetzt? Oder hat der? Nein, der andere. Und ich versteck mich. Ich versteck mich mit so einem. So den Pussy. Alle nehmen an mich. Auf ihn mit in den Taschenloppen, der Flo. Ich versteck mich lieber. Mach dir mal, ich bleib hier hinten. Ne, der ist genau. Ach du bist quasi der, der schreit zum Angriff. Damit alle losstürmen, versteckst du dich wieder. Nein, ich glaub das ist... Ein Team gejagt, der fick dich doch! Ey, das bin ich gewesen, du Idiot! Meinst du bist nicht du, ich hau grad auf den Typen ein. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich glaub, der Typ, der hackt, ist eigentlich der gefickte. Ja, alle. Ey, vor allem. Er kommt mit der Schrotfelle. Blöde, was? Ach so, das wechselt gar nicht durch. Ey. Vor allem, er kommt mit der Schrotfelle. Und ich. Ich glaub du bist der Beste, weil du die Knochen hast knackt. Ne, warst du der Typ, der die Knochen hat knackt? Du hast ihn ganz vorne. Ja, ja, war ich. Hallo Leute. Ich bin der Einzige, der dich ins Outfit passt. Bist du jetzt auch bei uns, oder was? Ja, jetzt bin ich doch ein Zombie. Ja, ich bin jetzt doch bei euch, weil ich nicht... Ich dachte ich wäre Arsch, dich. Aber es geht leider nicht, weil nur einer Jäger sein kann. Okay. Wir sollen uns irgendwo treffen. Ist da einer bloß blöd da und guckt? Ja, meiner steht gerade noch blöd da. Ich glaub da... Hängt bloß. Hängt bloß, ja. Und da lädt irgendeine noch. Einer noch. Ich muss dring kacken. So wie ihr guckt. Gleich geht's los. Der hat sich das Zahnfleisch bütig gemacht. Der hat sich schon die Finger abgekaut. Oh mein Gott, das ist so... Er hat so fest gepresst, ne? Boah, die Herrschaftszeit. Es lädt nicht. Die Wangenmuskeln, ne? Oh Gott, ich muss dring kacken. Kann auch nicht schreiben. Ne, ich kann auch nichts. Können wir nochmal raus? Ja, vielleicht hängt es beim Housecout ein bisschen. Ein bisschen. Oh Gott, ich muss dring kacken. Hallo, hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ah. 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 Der kann immer stehen, weißt du. Ah. Ich hab'n Stock im Arsch. Ah. Ah. Ich hab'n Stock im Arsch. Oh mein Gott. Mein Chef hat mich letztens auch wieder da drangenommen. Der ist immer vor so'n Zopi tritt und er reißt weg. Oh mein Gott, was ist das denn? Ihr wollt mich mal verarschen. Das tut weh wie die Hölle. Währendessen fällt ihm das Kinn runter, weißt du? Achso, du meinst so ne? Du trittst aufm Legostein, weißt du so. Oh, dieser Schmerz. So unerdrecklich. Währendessen fällt ihm sein Kinn so runter aufm Boden. Oh, diese Schmerzen sind so unerdrecklich. Du hast dein Kinn verloren. Scheiße auf das Kinn. Schmerzen Florian! Es sieht fast aus. Den Spuren geh heaven nicht so ner. Bis zum nächsten Mal.